Wow, ist das aber groß jetzt hier. So, haben wir das? Ja. Ja. Do you want to play this tutorial? Wollen wir das Tutorial nochmal spielen? Ich hab's noch nicht gespielt. Aber ich würde vielleicht vorher gerne Kann man hier Einstellungen machen? Close. Yes, aber Settings. Deutsch, bitte. Restart now. Wie wird bereits verwendet? Ja. Ich muss doch einmal neu starten. Weil ich es auf Deutsch spielen möchte. Also das Spiel, was jetzt kommt, das wird das hier. Jetzt spielen. Hat das jetzt auf Deutsch? Müssen wir mal gucken. Wäre natürlich super, ne? Ah, möchtest du das Tutorial? Ja, möchte ich. So, wir spielen jetzt Zwerge. Wie gesagt, man kann es alleine spielen. Man kann es auch mit anderen spielen. Wir haben jetzt Tutorials, Tutorial, ist, 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 die um auch mal das Spiel zu zeigen und bei solchen Spielen lasse ich mir gerne mal das Tutorial zeigen, damit ich nicht noch mehr verkacke wie ich es normalerweise verkacken würde. Die Schöne sind in der Vergangenheit, die Dwarfs zu arbeiten, als die Schöne und die Schöne sind, die Dwarfs zu arbeiten, als die Schöne und die Schöne sind. Als sie zu leben, in die Schöne sind die Schöne sind, ihre Kultur und die Songs von ancienten Richen und Glorien zu werden. into legends now generations after the fall a new cataclysm threatens the peace between the Dwarven clans and humans and in its wake ancient legends are given new life by the five is those damned quakes again it's the fourth one this week no way will track down the elk now I we should return to the in heart to make sure it still stands I you're right let's make sure we can still stand and let's get going so was haben wir denn hier traditionell modern hat key ich würde sagen wir machen traditionell oder rückkehr nach hause ach so wir müssen um das sprachsteuerungsfenster zu öffnen nein wollen wir nicht ein klicke mit der linken maustaste auf deiner einheit oder halte sie gedrückt und ziehen anything needs building all right time to go all right time to go rückkehr nach hause was der plan ja dahin oder kannst du einen um sie zu bewegen aha jetzt habe ich hier rechtsklick drauf gemacht jetzt kommen sie aha so funktioniert das hier okay also gehen die hier drücke tab um die aktuelle ebene zu wechseln okay wo müssen wir denn hin bewege dich durch den minenscher hier wo ist denn meine einheit wo ist die sind die hier oben ne sind die hier wo sind die in dem du nach der auswahl deiner einheiten mit der rechten maustaste auf dem minenschacht klicks ja aber wo ist meine einheit oberwelt da sind die hey wo ist die da und die müssen worin zu den minen unter reinhardt zu den minen unter reinhardt ist es das hier first on my list what are those things fight them off don't let them destroy the mines minor is under attack a left click a fine choice wo sind die denn okay greife die trolle mit den einheiten an wo sind meine einheiten wo sind meine einheiten sind die wieder in der oberwelt jo sitze greife die trolle mit den einheiten an go die Ach, das sind meine Einheiten. Das ist gar nicht so einfach. Ah. So, Kinders. Kommt hoch. Das hier sieht aus wie... Ah. Bauer, die eingestützten Strukturen wieder auf Beauftrage, Arbeiter Holz zu sammeln. Ja, würde ich sagen. Tentabolt? Was? Hi. Ja, kein Problem. Ah, das sind meine Peons. Okay, und das sind meine Kämpfer. Nein, das wird kein Problem sein. Die Holzfäller. Hier sind noch mehr Leute. Ja, vielleicht. Beauftrage, Arbeiter, Nahrung zu sammeln. Hm. Komm, jeder kriegt ein eigenes Feld. Und den Turm, in dem du die Innenbau... Bauarbeit dazu... Ähm. Wie repariere ich die? Wie kann ich helfen? Haben wir nicht... Haben wir nicht genug Holz? Doch. Ach so. Erstmal die reparieren, glaube ich. Ah, okay. Nein, nicht das Gebäude. Ich will eben mal laufen mit der... Mit der Tastatur. Nein, ich will den Typen... Wie komme ich an den Typen ran? Ah, jetzt. Hier, reparier bitte. No problem. Hey, what's up? Mhm. Was hat der jetzt gesagt? What's up? Wo ist unser Turm? Na, das ist auch noch ein Haus. Wo ist denn der Türmschirm? Repariere den Turm. Ach, der da. Wuch. Ach, guck mal. Mit der Maus geht es auch. Gut. Was kann ich, Bill? Oh, das ist eine Frage. Arbeit. 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 Habt ihr gehört? Arbeit, Arbeit. Arbeit. Jetzt müssen wir den Rubbel öffnen, um Raum für neue Gebäude zu machen. So. Hey, ja. Entferne den Schutt, um Platz für Strukturen zu machen. Ah, okay. Wenn ich das mache und X. Delete. Ah. So, damit können wir die... Baue zwei neue Wohnhäuser. Wie baue ich denn Häuser? Indem du B drückst? Okay. B. B. B scheint nicht zu funktionieren. Ich hätte jetzt gesagt bei Tab, aber bei Tab wechseln ich einfach nur die Zone. Hä? Ach, Handwerker auswählen und dann B. Aye. Ah. Also, wir sollen zwei Häuser. Right away. Danke. Wie gut, dass wenigstens einer aufpasst, Dosan. Der baut die Bierstube. Yeah, I'll be over in a minute. Und danach. Knoppen auf. Aha. No problem. No problem. Oha. Genau in der Bücke. Sind wir schon dabei. Sehr interessant, ne? Ich denke mal, dass es... Ich glaube, das war sowas wie auch, äh... Tower, die... Also... Ich glaube, das kommt Warcraft... Äh... Auch so ein bisschen nah, oder? Hier mit den ganzen Sachen bauen. Ressourcen. Und hier die Bergarbeiter mit dem Abbau der Gerüchstube. We need to make a barracks to train more warriors. Those creatures could return at any moment. There'll be no sleep tonight. Okay. Yep. Ah. Okay, drück auf das A. Hm. Hey. Got it. Okay. Baue eine zusätzliche Kaserne. Wo sind denn hier meine... Meine Bauarbeiter. Da. Da. Baue ein. So. Kaserne. Müsst... Ne, hier passt es ja nicht hin. Baue eine zusätzliche Kaserne. So wohl, er hat's Bäume weckauen, wa? Na, scheiße. Oh, hier passt die nirgends wohin. Ich hätte wahrscheinlich die Bierhalle wollen. Irgendwie dann wäre ich sie. Ach doch, guck mal, geht's. Klar. Ich dachte, das geht doch nicht. Ja, sieht sehr danach aus, ne? Du sollst sich selbst vorbereiten. Increase deine Kraft in der Stadt. Unter der Mini-Karte, um Quar auszugeben und einen, der verfügbar handelt. Okay. Jo. Bilde vier oder mehr Kampfeinheiten in der Kaserne aus. Wir brauchen davon einen. Davon neun. Davon nehmen wir zwei. Baut drei Türmer an geeigneten Stellen. Okay. Aber dich brauche ich noch mal kurz, um den Turm zu reparieren. Und dann... Wo ist denn der andere Typ? Ne, das sieht hier halt... Maybe these are the creatures old man Trigvie keeps singing about. Nah, that old fool. Trigvie might be old and rambling, but I wouldn't be surprised if he was right. B. Nothing will get through me. Uh... How can I help? No cheating me out of money, okay? Ich kann gar keine Türme... Wo baue ich denn Türme? Das ist ein Kloser. No cheating me out of money, okay? Ah. Oh. Ähm... Können wir hier Türme bauen? What's your angle? B... Wohnhaus, Kaserne, Bierstube. Ah, Turmholz, Turmstein. Machen wir hier nochmal... Da steht schon einer, aber egal. Pfff... Na komm, lass uns hier auch noch einen hinstellen. Mhm. Ja. Und da ist der Nächste. Ja, im Moment spiele ich ja gegen die KI, glaube ich. Kein Spieler, ja. Was ist denn das? So, haben wir dann eine... Türme fertig? On my way. Ach so, der ist von dem weggelaufen, ne? Na komm, mach das Türmchen fertig. Und da ist schon, der ist... Jetzt sagen wir mal. Was sind das hier mit den Punkten? Da oben. Überleg dem Troll an, dass du das Einführungstutorial von Dwarfheim gespielt hast. Du hast nun die grundlegende Mechanik und Steuerung gelernt, aber Reinhardt ist immer noch in Gefahr. Du kannst nun wählen, ob du Reinhardt in einem 10-minütigen Survival-Spiel verteidigen oder es seinem Schicksal übernachten wird. Das ist ein Einzelspieler- und Korbenspielmodus, in dem du gegen Horden von Trollen überleben und dein Rathaus verteidigen musst. Survival gegen die Trollhorde spielen? Wollen wir mal gucken. Kann nur schief gehen. Geht das hier noch weiter? Ach Gott, der muss auch noch fertig gemacht werden. Wo bist du? So, Essen haben wir. Soldaten haben wir auch. Stimmt, der eine, den wir repariert haben. Wir haben halt jetzt welche aus Stein und nicht aus Holz gebaut, ne? Ich denke, im Tutorial hätten die Holz gereicht. Deswegen dauern die auch so lange. So, dann komm ich mal hier hin. Und ich sitze hier mit meiner... So, muss ich dir jetzt alle einzeln manövrieren? Wie kann ich mich sicher sein, dass ich mich sicher bin? Ich bin sicher, dass ich mich sicher bin. Hi, da. Hm. Ich? Das ist es. Gib mal alle da runter. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Erstmal alles abbauen. Ich bin sicher, was wir hier bekommen haben. Hier unten ist ja auch noch einiges. Du hast nichts zu tun, ne? Mehr können wir doch gar nicht. Warte mal. Wo sind denn meine Einheiten hier? Ja. Du hast Gold? Für Rock und Stein. Das wird dir kostet. Das ist ein Problem. Bilder pink the map. Okay. Guck mal, was dir sonst so ist. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Dji supervision. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das wird ein Problem. Das ist ein Problem. Der pretending. Das ist ein Problem. Eigentlich würden da Gegner sein, ne? Hab ich das gerade abgebrochen, dass er nichts macht? Ich dachte, wir kämpfen jetzt. Meine Augen öffnen. Es wird nicht ein Problem sein. Mal sehen, was wir hier bekommen. Meine Augen öffnen. Es wird nicht ein Problem sein. Ich habe das Gefühl, ich habe das übersprungen. Mal sehen, was wir hier bekommen. Auf Spielen. Es wird nicht ein Problem sein. Das ist es. Ich habe es. Ich kann es entdecken. Mal sehen, was wir hier bekommen. Hey. Ja nun. Brennblase. Soll das sofort sein? Ich werde es fertig machen. Ich werde es fertig machen. Das ist es. Das ist es. Mal sehen. Mal sehen, was wir hier bekommen. Das macht vielleicht... Das macht bestimmt auch Spaß, wenn du es zu zweit spielst. Hey. Ich kann ja mal gucken, ob ich den Herrn Badballer mal dazu kriege. Der wird wahrscheinlich einen Koller kriegen bei dem Spiel. Aber es macht nichts. Aber ich bin jetzt in der Chance. Für Rock und Stein. Oder was sagt ihr hier? Ich glaube, dann hätte ich mal eine Chance. Ich habe es. Ich habe es. Mal sehen, was wir hier bekommen haben. Ich kann es entdecken. Aber tun die ja irgendwie nicht. Ja. Ansonsten gucken wir uns das nochmal zu zweit an. Für Geologie. Okay. Da können wir überall noch gar nichts machen. Ah. Okay. Wenn wir genug Bier haben. Ich stehe gar kein Bier her, oder? Ja. 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 Das können wir gar nicht. Technologie bauen. Ah. Guck mal. Kann ich mir nicht mal richtig angucken. Doch. Hier sind solche Gegenstände. Die gibt es auch heute als Drop. Also gibt es bei dem Spiel auch als Drop. Ich würde fast sagen, wir gucken uns das dann die Tage nochmal an. Versucht 10. 1 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020